Ich habe natürlich auch meine Reaction aufgenommen und die möchte ich euch auch nicht vorenthalten zu diesem Sizzle Reel. Ich war super aufgeregt, mein Internet hat nicht funktioniert, ich musste auf dem Handy schauen, es war Chaos pur, aber es hat sich gelohnt dieses Ding anzuschauen und ich liebe es sehr. Das ist ein flashback. Rogue One in many ways, it's a film that connected new audiences with the oldest fans. It was a bittersweet feeling, you know, in the premiere, knowing that it was just one film. But then magic happens, right? As you can see, we're getting ready, we're building stages, we're rehearsing, we're training, we're trying costumes. I'm really excited having the chance to explore Cassian. It's really fun to go on a set that is emulating something you like so much. The enormity of this is like doing a big feature film. It's very cinematic. For me, that's what the excitement is. Twelve episodes, twelve scripts. Twelve episodes, okay. Two hundred and eight cast members. A lot of creatures that come in from the creature department. We treat this exactly like we would a film. There is no difference in our approach. Every creature and droid that we've been building has the same care, level of attention to detail as the previous films. It's huge, it's thrilling, but also it's wonderfully challenging. There's tons of possibilities to explore. It is the building of a revolution. I am so here for that. Holy shit. I am so here for that. Give me more. Yeah, that was my reaction to the Behind the Scenes Endor Sizzle Reel. Und ach, ich hab's immer gesagt. Ich hab's immer gesagt, dass Endor eins meiner... Ja, ich hab hohe Erwartungen an Endor. Und ich hab mich immer sehr auf Endor gefreut. Man muss jetzt Endor sagen. Das hört sich scheiße an, aber egal. Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, ich sag Endor mit E und nicht Endor mit A. Endor. Nicht Endor, Endor. Cassian Endor. Also Endor war eins der Projekte, auf das ich mich sehr, sehr gefreut hab. Weil ich Potential gesehen hab zu einem meiner Lieblings Star Wars Stories und Projekte, nämlich Rebels. Aber gleichzeitig auch die Hoffnung, Neues und Spannendes zu sehen. Und das, was ich an Rogue One so geliebt hab, noch mehr zu sehen. Und klar, Cassian ist jetzt nicht mein favorite Charakter aus Rogue One. Aber trotzdem, glaub ich, ein Charakter, der tatsächlich viel bietet. So, das ist keine Limited Series. Es ist keine Event Series. Es ist eine Serie, die wahrscheinlich mehrere Staffeln haben wird. Die erste Staffel hat zwölf Folgen, was schon mal krass ist. Ähm, endlich mal ein bisschen mehr. Also mir gehen diese acht Folgen in Mando. Das geht sehr schnell vorbei und ich find's sehr traurig. Zwölf Folgen find ich gut. Kann natürlich sein, dass die Folgen dann nur so eine Clone Wars Länge immer haben werden. Aber selbst damit hab ich kein Problem. Ich hab lieber lange was als kurz was. Wisst ihr? Ich find's besser, wenn's sich ein bisschen hinzieht. Dafür vielleicht die Folgen kürzer sind, aber man mehr davon kriegt. Anstatt, dass man so in acht Wochen alles fertig hat. Ähm, genau. Auf jeden Fall zwölf Folgen. Sie drehen gerade in England, London. Ähm, sie bauen sehr viele echte Sets, was mich überrascht. Weil wir haben ja dieses große The Volume Dings da Bums, wo sie Mando drin drehen. Und so cool es auch ist, es nimmt ein bisschen die Magie, find ich, von Star Wars. Weil, oder generell von Filmmaking. Was ja immer ist, oh, wir bauen Sets und Sets sind toll. Und Sets bringen Leben in sowas. Klar ist es für sowas wie Obi-Wan, womit sie ja auch drehen werden. Äh, für sowas wie Obi-Wan, wenn sie auf Tatooine sind und dafür nicht extra in der Wüste reisen müssen. Natürlich ist es für sowas gut. Aber, äh, grundsätzlich finde ich immer, äh, so, ja, Indoor-Sachen und richtige Sets und alles Mögliche, finde ich dann doch immer noch ein bisschen schöner. Weil es wirklich was Echtes zum Anfassen ist. Ähm, klar, Prequels hatte sehr viel Greenscreen. Aber da war ja auch trotzdem noch sehr viel Echt gebaut. Und dann waren halt Set-Extensions. Aber so komplett alles einfach nur in so einem, ja, komischen Leinwand zu drehen, finde ich immer ein bisschen, es ist absolut impressive und absolut genial für Landschaften und sonst auch was. Aber für, für richtige, ja, für irgendwas, was so... Ich finde es für Indoor sehr passend, dass sie da sehr große Sets und so bauen. Finde ich, finde ich absolut genial, finde ich toll. Genau, ähm, ja, Indoor wird, wird, wird spannend. Indoor hat, äh, einen großen Cast angekündigt bekommen. Ich finde Fiona Shaw, finde ich absolut spannend. Fiona Shaw, sie ist, man kennt sie hauptsächlich aus Harry Potter, glaube ich. Und sie ist schon ein sehr weirder Charakter in Harry Potter. Aber trotzdem, ich glaube, eine sehr, sehr talentierte Schauspielerin. Ich habe leider sonst nichts von ihr gesehen. Aber als ich den Namen und das Gesicht gesehen habe, ich war so, wow, yes, I'm on board. Ich weiß nicht, Fiona Shaw, es hypt mich einfach so ein bisschen, so jemanden in der Serie zu sehen. Weil ich kann mir vorstellen, wie dieses Gesicht und dieses Auftreten von ihr einfach irgendwie in diese Serie passt. Wer weiß, was sie spielt. Vielleicht spielt sie in Imperial, was ich absolut genial irgendwie auf eine gewisse Art und Weise fände. Vielleicht ist sie aber auch irgendjemand bei der Rebellenallianz. Die, glaube ich, noch nicht so richtig existiert zu dem Zeitpunkt. Ähm, man hat Genevieve O'Reilly als Mon Mothma. Was mich überrascht hat, ist, dass sie nicht Bail Organa angekündigt hat. Ich weiß gerade den Schauspielernamen jetzt nicht. Das finde ich, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Bail Organa wurde gespielt von... Come on, Basti. Ich muss es tatsächlich googeln. Ich muss es googeln. Bail Organa von... Gespielt von... Jimmy Smith. Ja. Wusste ich. Jimmy Smits. Ähm, Smits? Smits? Aha, okay. Jimmy Smits. Ähm, finde ich sehr schade, dass sie den nicht gleich mit angekündigt haben. Weil das ist für mich eigentlich so ein ziemlich obvious Ding. Eigentlich hätte ich schon erwartet, dass der da vorkommt. Aber anscheinend nicht. Ähm, also vielleicht. Aber vielleicht wollen sie es nicht ankündigen. Man hat ihn ja für Rogue One auch erst sehr spät angekündigt. Mit... Ich glaube mit irgendeinem Trailer oder sowas. Und ich finde, er hat auch in Rogue One sehr gut reingepasst. Und auch Genevieve O'Reilly natürlich. Das ist alles sehr... Passt alles sehr gut da rein. Es ist hier halt ein Prequel zu Rogue One, was das Ganze ein bisschen traurig macht. Dass man weiß, ja, Cassian wird alles überleben. So, man weiß... Man wird auch, glaube ich, so ein bisschen die Origin-Story von K2SO und Cassian zusammenkriegen. Finde ich auch sehr, sehr cool. Äh, man hat das zwar in den Comics schon gesehen. Aber ich glaube, das können sie einfach nochmal neu erzählen. Also, halt eine filmische Version davon. Was ich sehr cool fände. Äh, aber generell sehe ich einfach viel Potenzial in dieser Serie mit anderen Charakteren, die auftauchen können. Mit, ähm, ja, irgendwelchen Verbindungen zu anderem Star Wars-Media. Was, äh, sei es jetzt irgendwie eben Star Wars Rebels. Was, glaube ich, das Offensichtlichste wäre. Aber auch eben zu den Filmen oder, äh, Büchern, so einfach was. Äh, ich glaube, da ist sehr viel, sehr viel Möglichkeit da. Da irgendwas zu erzählen. Äh, 12 Folgen. Ich bin gespannt, ob es mehr so wie Mando wird, dass man... Oder zumindest die erste Staffel von Mando, dass man hier eher so kleine Missionen in jeder Folge hat. Oder ob es hier gleich von Anfang an irgendwas Großes gibt, was sie verfolgen. Was ich ein bisschen besser fände. Dass man hier eine große Mission kriegt und dass sie dann damit irgendwas verfolgen. Das fände ich schon... Das fände ich schon toll. Fände ich schon sehr, 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 sehr toll. Ähm, genau. So viel dazu. Cassian Andor. Diego Lohner sieht super, super aufgeregt aus. Er freut sich so sehr auf diese Serie, glaube ich. Er ist richtig pumped. Und er freut sich, glaube ich, richtig einfach diesen Charakter wieder spielen zu können. Und das merkt man in diesem kleinen Video. Und das freut mich und gibt mir noch mehr Vorfreude auf diese Serie. Das Logo sieht absolut geil aus. Ich glaube, wir kriegen hier ein bisschen Gritty Spy Stuff. Also, ähm, wirklich ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen düster. Ich glaube, sehr actionreich wird's sein. Und einfach... Es wird halt, glaube ich, absolut nichts mit der Macht zu tun haben. Und das ist auch spannend. Weil sogar Mando hat ein Baby Yoda, ne? Der Grogu, der mit der Macht rum hantiert. Und jetzt ist hier so... Oh! Ah! Vielleicht nichts. Who knows? Äh, reden wir über Rebels-Charaktere. Oder generell Charaktere, die vorkommen könnten. Also, ich habe schon gesagt, bei Logana, finde ich, ist eigentlich noch ziemlich obvious, dass er vorkommt. Ich bin auch jemand... Ich habe ja nichts gegen Recasten. Also, ich habe kein Problem mit Eldon Ehrenreich als Han Solo gehabt. Ich hätte auch kein Problem damit, äh, einen Luke Skywalker für Mandalorian zu recasten. Ich weiß nicht, wann das Video kommt und ob vielleicht irgendwie ein Luke Skywalker im Finale aufgetreten ist. Ähm, aber... Äh, ja. Keine Ahnung. Also, ich hätte auch kein Problem damit. Ähm, ich finde Recasten... Es sind halt einfach Sachen, die passieren. Klar kann so keinen... Also, klar kann man alte Schauspieler für junge Rollen benutzen. Man hat es in Captain Marvel super gesehen. Aber, äh, es gibt Leute, bei denen es einfacher funktioniert. Und Mark Hamill ist jetzt nicht einer von denen. Oder auch, äh, natürlich tote Leute wie Carrie Fisher. Ähm, dementsprechend... Ich hätte kein Problem mit einer jungen Prinzessin Leia vielleicht auch. Sie müssten nicht diese komische Technik aus Rogue One benutzen, weil man nicht hier direkt an Episode 4 dran ist. Wir sind ein paar Jahre davor. Das heißt, man könnte einfach recasten. Und ich hab auch... Also, ganz ehrlich, ich hab auch kein Problem damit eben, nachdem man schon einen anderen Schauspieler gesehen hat, dann zu recasten oder zwischendrin zu recasten. Hab ich kein Problem. Aber sie taucht eben in Rebels auf, wo sie schon aktiv als Rebellin unterwegs ist und hilft. Und, äh, sie ist im imperialen Senat und alles mögliche. Also, ich find, man könnte sowas vielleicht auch gut implementieren. Es muss nicht sein. Aber es wäre eine Möglichkeit. Ansonsten, wenn man an Rebels-Charaktere denkt, ist es schwieriger, weil die, äh, Rebels-Ghost-Crew erst in Staffel 3 mit der größeren Rebellen-Allianz und Mon Mothma zusammenkommt. Aber trotzdem könnte ich mir Charaktere vorstellen wie Hera, weil Hera schon die ganze Zeit in der Rebellen-Allianz ein bisschen mehr aktiver ist. Aber dann gibt's auch diesen komischen Typ, der in Staffel 3 stirbt. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Ich seh ihn hier gerade vor mir. Commander Sato oder sowas heißt er. Ähm, der die Phoenix-Quadron oder die Phoenix-Rebellen-Zelle da sozusagen anführt. Äh, der stirbt, glaub ich, in Staffel 3. Aber, nachdem wir uns hier, glaub ich, davor befinden, äh, das ist so ein Charakter, der mehr mit der Rebellion schon zu tun hat. Und so ein bisschen über den einzelnen Mitgliedern steht. Weshalb ich mir auch gut vorstellen könnte, dass man solche Charaktere vielleicht in Live-Action überbringt. Ansonsten auch noch ein ziemlich obvious Guess ist Ahsoka Tano. Und klar, Ahsoka Tano will sie jetzt in alles reinpacken und find ich auch ein bisschen dumm, aber sie passt überall tatsächlich rein. Also, sie könnte in Kenobi in Flashbacks auftreten, äh, sie ist in Mando, aber hier könnte sie noch offensichtlicher auftreten, weil sie zu der Zeit mit Bail Organa zusammen die Rebellen-Allianz ein bisschen gründet. Und, ähm, sie definitiv, äh, also sie ist eine der ersten Falkrums, oder sie ist der erste Falk, nach Saw Gerrera. Ähm, aber sie ist, sie übernimmt hier diesen Falkrum-Namen, ähm, und ist dann damit so eine Rebellen-Sonst auch was. Ähm, Spionin, sag ich mal, Rebellen-Irgendwas. Und wir wissen auch, dass Cassian Endor einer der Falkrums ist. Ähm, er war auch einer von dieser, von diesen Insider-Leuten eben. Dementsprechend, äh, Falkrum und Falkrum könnte natürlich Sinn ergeben. Das wäre übrigens ein toller Titel für die Serie gewesen, Falkrum. Einfach nur Falkrum, weil Cassian ist einer der Falkrums? Oh, wäre cool. Äh, ansonsten sehe ich sehr viel Potenzial, die imperialen Leute, sag ich mal, aus Rebels hier reinzubringen. Weil ich glaube, wir werden hier trotzdem gegen das Imperium kämpfen. In Cassian, äh, in Endor. Das heißt, Leute wie Governor Price, es könnten, ähm, hier, äh, wie heißt er? Ich blanke immer mit den Namen, es ist so schlimm. Inquisitoren glaube ich eher nicht, aber Governor Price, äh, Thrawn könnte auch. Who knows? Könnte sein, wenn sie ihn schon vielleicht in die Ahsoka-Serie bringen, warum nicht auch gleich hier? Ähm, es ist, es gibt schon viele Leute, die sie rüberprallen. Ähm, diese ganzen Offiziere und Minister Tua von Lothal, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, es gibt definitiv viel Potenzial an Leuten, die hier irgendwie was zu tun haben könnten. Anfis Nest, ähm, aus Solo. Also, vielleicht nicht die Junge, aber vielleicht ihre Mutter. Man weiß, Anfis Nest hat auch viel mit der Rebellion zu tun und sie hilft dabei, die Rebellion auch aufzubauen. Sie ist Teil von einer dieser vielen Rebellenzellen, die ja später dann die große Rebellion werden. Äh, und ihre Mutter war da auch schon sehr aktiv. Das heißt, vielleicht könnte man das Kostüm von Anfis Nest zurückbringen, aber jemand anderen eben reinstecken, nämlich die Mutter von Anfis. Also, sie ist da nicht Anfis, sondern, also, sie, die, diese Rüstung heißt, glaube ich, Anfis Nest. Also, you know, diese Rolle, die man da einnimmt. Ich glaube nicht, dass sie als Kind Anfis Nest, you know, ähm, so viel dazu. Also, oh, ja, ich, C3PO, R2D2, natürlich ganz obvious. Die sind halt bei Bail Organa die ganze Zeit, aber ich glaube immer noch, dass Bail Organa irgendwie vorkommen könnte. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er nicht vorkommt, wisst ihr? Saw Gerrera, auch ein großes, obvious Ding, was man vielleicht implementieren könnte. Dann hätte man ein sehr krasses Star Wars Rebels, äh, oder Rogue One Sequel, Prequel, was auch immer. Aber, äh, ich schaue hier gerade die ganze Zeit durch Screenshots von Star Wars Rebels, vor allem Staffel 3, welche Rebellenmitglieder da so unterwegs sind. Und da gibt's eben, hier ist Bail Organa dann, der Typ, der auch in den Filmen in Rogue One vorkommt, der von Stellan Skarsgard gespielt wird, der jetzt auch wieder zurückkommt für, ähm, die Serie. Äh, ja, boah, es gibt so viel Potenzial eben an dieser Serie mit Crossovers und anderen Charakteren, die rüberkommen. Äh, und das, das finde ich, das finde ich einfach toll. Das finde ich, finde ich einfach sehr, sehr toll. Und dass man endlich mal so eine Serie hat, die so inmitten von allem anderen spielt und wirklich Connections zu allem haben kann. Weil eben sehr viel zu dieser Zeit passiert, äh, mit Rogue One, mit Episode 4, als auch mit Rebels. Das ist einfach exciting. Es ist sehr, sehr exciting. Ich frage mich, was halt der Plot der Serie sein wird. Ähm, weil es ist keine Original Story, aber es hieß, glaube ich, auch, dass man Einblicke in die früheren Jahre von Cassian kriegt. Weil Cassian sagt ja in Rogue One, dass er, seitdem er sechs ist, in diesem Kampf ist. Ich glaube, man kriegt auch so Flashbacks oder vielleicht fängt die Serie an mit so einem, mit so einem Prolog sozusagen, wo er sechs Jahre alt ist, so um den Dreh rum. Wer weiß, wer weiß. Tarkin kann natürlich auch sehr gut hier wieder vorkommen. Aber da bin ich immer noch für Recasting. Also ich finde es ein bisschen unnötig, dass man, ah, wobei, es ist wieder näher an Rogue One dran. Äh, an Episode 4. Okay, verstehe ich. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt ihn nochmal zeigt, ähm, ein bisschen früher, hätte ich kein Problem mit Recasten. Finde ich, funktioniert immer sehr, sehr gut. Einfach, wenn man jemanden nimmt, der ähnlich aussieht. Ich hab da kein Problem mit. Ich bin da sehr offen, was sowas angeht. Ansonsten hoffe ich einfach, dass wir in der Serie viele kleine Rebellen-Missionen sehen, Rebellen-Zellen, die eben, ähm, ja, einfach Widerstand leisten, sich dem Imperium gegenüber. Und dann, also diese Concept-Arts, die sahen genial aus und die sahen richtig actionreich und spannend aus. Und das, was man so von Rogue One kennt, so vom Anfang. Und davon wünsche ich mir einfach mehr. Und dass man eben, ähnlich wie in Rebels, so parallel so ein Zusammenschließen der Rebellion sieht. Und vielleicht kriegt man dann später Crossover. Who knows. Also, wenn es mehrere Staffeln gibt, dann könnte die erste Staffel noch ziemlich allein sein. Und dann hat man so eine parallele Story irgendwann zu Rebels, was so gleichzeitig stattfindet. Aber trotzdem hat man Leute, die so überspringt. Mich wundert sehr, dass man Cassian nie in Rebels gesehen hat. Das ist eigentlich auch noch so ein obvious Ding eigentlich. Aber hat man nie gesehen. Hat man nicht gesehen. Den gab's nicht. Tick, gibt, gibt, ne. Oh, Agent Callas. Ach, Agent Callas, wir lieben ihn alle so sehr. Ist natürlich auch jemand, der im Imperium zu der Zeit aktiv ist. Wobei Callas sehr auf die, auf die Rebellen, auf Lothal, ähm, gehetzt wurde und da zu tun hatte. Dementsprechend, ich glaub, so viele Crossover und Connections gibt's dann auch nicht. Aber das Potenzial ist eben da. Oh, ich seh hier auch grad, mir wird hier auch grad diese Deleted Scene aus Episode 3 vorgeschlagen. Mit Mon Mothma und wie, diese Diskussion, wie sie da die Rebellenallianz sozusagen formen. Schon die ersten Gespräche. Sowas, oh, ist auch spannend. Ist auch sehr spannend, sowas. Ja, es gibt viele, 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 viele Möglichkeiten. Und ich bin sehr gespannt für diese Serie. Es gibt viele Charaktere, die aufpoppen könnten. Vielleicht nicht in der ersten Staffel, aber vielleicht in der zweiten oder dritten. Und ich glaub, das ist eine Serie, die auch sich auf lange Sicht gut halten könnte, weil es, glaub ich, viel zu erzählen gibt. Genau. So viel zu Cassian. Es war jetzt sehr viel Spekulation und Generde. Aber, ähm, ich bin einfach sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was wir hier alles zu sehen kriegen werden. Und wir hören uns das nächste Mal wieder bei einem weiteren Breakdown. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.